Herzlich willkommen zum Börsencheck am Freitag. Was für eine turbulente Woche. Deswegen bringen wir das Format heute schon mal eher vor dem Wall Street Start und blicken natürlich auf dieselbige, auf den DAX, auf ein paar politische Themen. Zinssatz 8, das nehme ich nicht alles vorweg. Der Roland Jägen will ja auch noch reden. Nach dem Intro geht's los. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag zusammen. Ja, man traut sich kaum vom Rechner wegzugehen. Da passiert ja so viel, da könnte man Überstunden schieben, so wie vielleicht auch einige Politiker in den letzten Tagen. Ja, ganz genau. Es gibt einiges aufzuarbeiten. Wir hatten die Wahl in den USA mit dem Sieg von Donald Trump. Aber am gleichen Tag hat dann schon die Ampel das ausverkündigt. Von daher fokussiert sich die Berichterstattung in Deutschland jetzt mehr auf die deutsche Politik. Und dann hatten wir am gestrigen Abend noch die Fed-Zinssenkung, die so ein bisschen untergegangen ist, aber die wollen wir uns heute auch noch mal näher hier anschauen. Ja, das eine hat mit dem anderen aber nichts zu tun gehabt. Also die Ampel ist nicht kaputt gegangen wegen Donald Trump. Nein, das denke ich auch nicht. Das stand ja jetzt schon so die letzten Wochen im Raum nach diesem Papier auch von Christian Lindner. Da konnte man sich letztendlich nicht einigen. Ja, die einen wollten die Schuldenbremse unbedingt ausheben. Die anderen haben sich dagegen gewehrt. Und demzufolge gibt es jetzt keinen Konsens mehr. Ja, mal schauen, ob dann eine nächste Regierung zeitnah ins Amt berufen würde und ob die dann einen Konsens findet. Also es ist ja auch wieder die Frage, wie es dann weitergeht. Also Unsicherheit dominiert heute das Marktgeschehen. Im DAX und in den USA hat man, weil es ja bei der letzten Wahl ein bisschen knapper zuging. Und diesmal war es richtig eindeutig für Donald Trump auch extra die FED-Sitzung einen Tag nach hinten geschoben. Ja, aber es gab letztendlich keine lange Hängepartie und auch keine Unsicherheit. Und das sieht man ja auch an der Reaktion der Märkte. Viele haben mit erhöhter Volatilität gerechnet. Die gab es nicht wirklich, sondern der Markt kannte eigentlich nur eine Richtung. Die hat er ja schon am Tag der Wahl aufgenommen. Und dann gab es, weil es sehr, sehr früh klar war, dass man nicht lange auszählen oder nachzählen müsste, wie beim letzten Mal, war es sehr, sehr schnell klar. Und die Marktteilnehmer hat es beruhigt und letztendlich dafür gesorgt, dass weiteres Kaufinteresse vorhanden war. Ja, und das war aber dann erst mal nur kurzfristig beim DAX, wie man hier sieht. Denn heute gehen die Kurse fast in demselben Ausmaß zurück, wie sie gestern gestiegen sind. Aktuell schaut das noch nicht nach einem Boden aus. Der dürfte erst bei rund 19.000 wieder zur Debatte stehen. Ganz genau. Und DAX haben wir jetzt keine neuen Rekordhofs gesehen, wie in den US-Märkten, sondern der Markt hat im Verlauf dieser Woche jetzt schon zum zweiten Mal die wichtige Unterstützung bei ca. 19.000 hier getestet. Die hat bisher gehalten. Jetzt kommen wir so langsam wieder zurück. Also das ist weiterhin die Marke, die es zu halten gilt. Knapp darüber liegt auch der 50-Tage-Durchschnitt. Darunter könnte in der Tat die Dynamik zulegen. Und dann können wir vielleicht die alte Unterstützung, die uns in diesem Jahr schon länger beschäftigt hat, bei ca. 18.600 bis 18.650 ca. einer Kasse nochmal anzeichnen. Das wäre dann das nächste Ziel auf der Unterseite. Aber solange wir über 19.000 hier quotieren, sieht das Bild weiterhin positiv aus. Es ist jetzt eine Konsolidierung auf weiterhin hohem Niveau, wenn man es im Vergleich zur Jahresrange sieht. Und das sieht man auch im Future, wenn wir uns die Kurse auch nochmal anschauen. Wir sind sehr, sehr weit gelaufen. Die 20.000 haben wir jetzt nicht ganz geknackt, aber wir konsolidieren weiterhin auf hohem Niveau. Und solange ist dieser Aufwärtstrend auch intakt. Hier sieht man auch im Future die 19.000 relevant, die damit noch ein Stück weit weiter entfernt ist als jetzt in der Kasse. Darunter könnte es in der Tat auch zu einer größeren Abwärtsbewegung, zu einer Reversion-to-the-Mine-Bewegung kommen. Aber darüber sind die Allzeithochsten natürlich nahezu weiterhin in Reichweite. Da reichen dann zwei, drei gute Handelstage, um wieder in diesen Bereich zu kommen. Und da darf man mal schauen, wie schnell dann jetzt vielleicht auch die Wiederwahl und erst einmal die Vertrauensfrage gestellt wird. Oder ob das in der Tat noch eine längere Hängepartie bis in den Januar hinein wird. Das könnte durchaus die Märkte auch weiter belasten. Auf Wochenbasis, muss man sagen, hat sich im DAX nicht allzu viel getan. Das hätte man eigentlich nicht erwartet, dass wir jetzt am Freitag innerhalb der Range, innerhalb der Value Area der Vorwoche sind. Sondern da hat man doch vielleicht mit einem größeren Ausbruch gerechnet. Aber wir haben es in die eine oder andere Richtung versucht. Insbesondere auf der Unterseite wurde die 19.100 hier im Future, also das Vorwochentief, getestet. Es hat letztendlich gehalten, wurde nur um wenige Punkte unterschritten. Und dann gab es gestern die Aufschläge, die jetzt heute wieder korrigiert werden. Aber insgesamt ist es eine große Range, die wir im Verlauf dieser Woche ausgebildet haben. Und in den kleinen Zeiteinheiten sieht man, dass es immer sehr, sehr starke Bewegungen in die eine oder andere Richtung gibt, die aber auch schnell wieder korrigiert werden. Und so sieht man, dass am heutigen Tag, wo wir noch mit einem kleinen Aufwärtsgap in den Handel gestartet sind, sehr, sehr schnell das Gap geschlossen worden ist. Und jetzt eigentlich die komplette Range des gestrigen Handelstages fast schon durchlaufen worden ist. Und da bewahrheitet sich nun einmal mehr dieser Börsenspruch, politische Börsen haben kurze Beine. Ja, das auf jeden Fall. Da sieht man häufig nur eine sehr kurze, starke Reaktion. Aber das kann genauso schnell am nächsten Tag wieder zunichte gemacht werden. Und das bei relativ konstanten US-Futures. Also das ist tatsächlich ein deutsches Thema, was hier vor sich hergeschoben wird. Weil zum einen war ja erstmal eine Erleichterung darüber, dass diese endlos langen Gespräche der letzten Wochenende gefunden haben. Also dass die Ampel sich quasi auch zu einem Schritt durchringt, da sie so nicht weiter existieren möchte. Den Weg auch für eine politische Entscheidung freizumachen mit Vertrauensfrage und eventuellen Neuwahlen. Das hat erstmal so ein bisschen Sicherheit zurückgebracht. Und auch die Aussage von unseren amtierenden Bundeskanzler, dass es weitere Investitionen geben muss und auch geben wird. Das stützte ja gestern die Autobranche. Die verlieren aber heute komplett wieder die Gewinne. Genau, die werden komplett wieder abgegeben. Man muss ja wirklich schauen, wie viel Handlungsfähigkeit noch da ist, da man keine Mehrheit mehr hat im Bundestag. Man hat noch Ideen, die man eigentlich noch im November und Dezember umsetzen möchte. Aber dazu braucht es dann auch die entsprechenden Mehrheiten. Und Friedrich Merz hat ja schon angedeutet, dass er die eher nicht unterstützen wird, solange nicht die Vertrauensfrage gestellt wird. Von daher dürfen wir auch von dieser Seite in den nächsten Wochen sicherlich noch einiges erwarten. Und durchaus weiterhin starke Bewegungen in die eine oder andere Richtung, je nachdem, wer da das Ganze kommentiert. Apropos starke Bewegungen, lassen Sie uns da gerne mal auf den Dow Jones schauen, der mit einem historisch starken Tag, das war der stärkste Tag seit, ich glaube, Oktober 2022, hier aufwartete und zwar schon in der Eröffnung mit mehr als 1.000 Punkten Kurs plus. Ja, Wahnsinn, muss man echt sagen. Wir haben in den letzten beiden Wochen den Rücklauf gesehen von den alten Allzeithochs. Es hat nicht ganz bis zu diesem Unterstützungsbereich hier gereicht bei ca. 41.700 im Future. Und dann gab es schon hier am Wahltag die Aufschläge. Und das hat sich dann am nächsten Tag deutlich fortgesetzt mit der enorm starken Bewegung hier bis in den Bereich von knapp 44.000. Gestern war es eine recht enge Range, die der Markt ausgebildet hat, aber der Mittwoch war wirklich phänomenal gut. Das sieht man dann auch, wenn man in eine kleinere Zeiteinheit mal reinschaut, hier auf Wochenbasis mal im 60-Minuten-Chart, sieht man, es gab eigentlich überhaupt keinen nennenswerten Rücksetzer am Mittwoch. Der Markt kannte kein Halten mehr und hat gestern letztendlich auf diesen sehr, sehr hohen Kursniveaus, auf den neuen Allzeithochs dann konsolidiert. Hier wurde extrem viel Volumen ausgebildet bei ca. 43.900. Also zwischenzeitlich waren wir mal kurz über der 44.000 hier im Future. Kommt auch nur marginal zurück jetzt vorbörslich. Und ich denke, es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass wir die Woche hier auch im oberen Bereich der Wochenrange beenden, solange hier das Volumen auch dominiert. Wenn man nochmal in eine ganz kleine Zeiteinheit, vielleicht 5 oder 15 Minuten reingeht, dann sieht man auch die Bewegung gestern zur Fettsitzung. Ich habe die live verfolgt und muss gestehen, so wenig Bewegung, also auch so viel Langeweile auf der anderen Seite, hatte man schon viele Jahre nicht. Ja, in Dow Jones war sie sehr gering. Ich schaue nochmal gerade auf den Mini-S&P, weil da war es wirklich eine extrem spannende Geschichte. Die hatte ich gestern Abend auch verfolgt. Es gab ja nur einen ganz kleinen Rücksetzer, fast punktgenau zum V-Web des gestrigen Handelstages und dann gab es schon wieder die Aufschläge. Also wirklich kaum Volatilität. Hier würde man beim Betrachten des Chartbildes nicht erwarten, dass hier eine Zinsentscheidung stattgefunden hat, sondern wirklich nur im S&P waren es ja nur wenige Punkte Korrektur und dann gab es die neuen Allzeithochs hier auch im S&P und dann der positive Tagesschluss, aber wirklich nur eine minimale Bewegung, sowohl im Dow Jones als auch im S&P 500 nach der Entscheidung. Jetzt kommt, wie gesagt, vorwürdig ein kleines Stück zurück. Das war übrigens eine Entscheidung mit Ansage. Wir hatten im Vorfeld schon geschaut, da war das Parameter vom FedWatch-Tool bei 97 bis sogar 99 Prozent und wir haben im Dezember ja auch noch einmal eine Zinssatzentscheidung und zwar am 18. und da soll noch eine Zinssenkung vorgenommen werden. Ja, aktuell sieht es so aus mit 71 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es einen weiteren kleinen Zinsschritt geben könnte und hier sieht man aber, dass die Erwartungen ein Stück weit zurückgekommen sind. Danach soll es dann erst mal stagnieren auf diesem Niveau und dann vielleicht noch mal hier erst im März der nächste kleine Zinsschritt. Also es geht auf jeden Fall langsamer, als es zwischenzeitlich der Markt schon eingepreist hatte und da wird man natürlich sehr genau hinschauen auf die Inflationsdaten und insbesondere, was Donald Trump dann ab Januar für eine Politik tätigen wird, wie hoch die Ausgaben und auch die Neuverschuldung ausfallen wird und man schaut natürlich sehr genau auf die Inflationsdaten, weil man will natürlich nicht, dass die Inflation vielleicht durch neue Wirtschaftsprogramme, die aufgelegt werden könnten, dann doch wieder zurückkehrt und höher wird, als es jetzt aktuell ausfällt. Auch so ein bisschen ein kleiner Kampf zwischen den beiden. Auf dem Ausgetragen muss man sagen, denn Donald Trump hatte im Vorfeld in den letzten Monaten öfters mal Jerome Paul über Twitter oder X, wie es jetzt heißt, kritisiert und quasi fast schon genötigt, die Zinsen zu senken, aber er lässt sich davon nicht beirrnen und er hat sogar auf eine Frage eines Journalisten geantwortet, ganz kurz und professionell, wie ich fand, was passiert denn, wenn Donald Trump möchte, dass sich das Amt niederlegen. Kommt das vor? Würden Sie es tun? Und da sagte Jerome Paul, nein. Ja, genau. Das war sehr eindeutig. Habe ich auch mitbekommen. Ja, die Fedschein ist in der Tat nicht eilig zu haben, ihren restriktiv ausgerichteten Kurs jetzt schneller zu beenden und dafür gibt es verschiedene Gründe, das hat er auch angeführt und die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt bereiten aktuell wenig Sorgen, muss man sagen. Man hat die Inflation jetzt fast auf dem Zielwert, den man gerne haben möchte. Das heißt, jetzt muss man wirklich schauen, wie sich dann die ersten Maßnahmen der Trump-Regierung erweisen, ob die inflationstreibend werden oder nicht und dann wird man sicherlich auch von Seiten der FED den weiteren Kurs hier bestimmen. Ja, und viel stärker ist dann die Liquidität nochmal im Nasdaq zu sehen gewesen. Zwei sehr, sehr starke Tage, gestern wieder über 1% im Plus, den Tag davor rund 3% im Plus, an beiden Tagen sogar mit einem Aufwärtsgap über die alten Jahreshochs und damit auch Allzeithochs hinweg geflogen. Da gilt es kaum irgendwie einen Stopper im Chartbild festzumachen. Ja, ganz genau. Also wir haben über den potenziellen Ausbruch hier gesprochen, schon am Montag. Der Markt hat es ja das eine oder andere Mal versucht, über die 20.500 hier auszubrechen, kam immer wieder zurück in diese Range, aber letztendlich ist er jetzt mit Dynamik ausgebrochen hin zu neuen Allzeithochs und da sieht man auch in kleineren Zeiteinheiten die enorm starke Bewegung, insbesondere dann, das ist nochmal der Dow, gehen wir nochmal auf den Nasdaq. Am Mittwoch hier auch eine unfassbar starke Bewegung, die sich dann gestern auch fortgesetzt hat. Also hier auch kaum nennenswerte Rücksetzer, auch selbst im 30- oder 60-Minuten-Chart und eine extrem starke Bewegung auf Wochenbasis. Der Markt kommt jetzt vorbörslich leicht zurück, aber ich denke, solange wir über 21.000 hier im Future notieren, ist das Bild weiter extremst bullig. Vielleicht sehen wir einen Rücksetzer in diesem Bereich und es gibt da im Nachmittagshandel nochmal die Möglichkeit, hier in diesen extrem starken Aufwärtsimpuls einzusteigen. Das werden wir uns auf alle Fälle anschauen und genau so einen starken Impuls gab es übrigens auch in Bitcoin. Das war im Vorfeld auch von vielen erwartet worden, wenn Trump die Wahl gewinnt, der ja ein Bitcoin-Fan ist oder zumindest im Vorfeld sagte, dass die amerikanische Wirtschaft, schrägstrich der amerikanische Haushalt, auch eine Notreserve in Kryptos anlegen sollte und da profitierte der Bitcoin direkt davon und machte ein neues Allzeithoch. Ja, der läuft wirklich auch charttechnisch sehr, sehr sauber. Wir haben den Ausbruch schon mal angesprochen über die alten Allzeithochs aus dem Jahr 2021. Dann kam man jetzt in Stocken im Bereich der Allzeithochs aus dem März, kam zurück. Es hat die 70.000 zwar kurzzeitig unterschritten hier im Verlauf der Woche, aber kam sehr, sehr schnell zurück und hat jetzt folgerichtig dann auch die neuen Allzeithochs ausgebildet hier im sehr, sehr schönen Aufwärtstrend und kann sich auch sehr, sehr gut halten in diesem Bereich von über 76.000 jetzt hier im Future. Zwischenzeitlich war man schon über der 77.000, also das sehr, sehr starke bullische Bild ist hier weiterhin intakt und dem sollte man sich sicherlich nicht entgegenstellen. Ja, und jetzt fragt man sich, wo kommt die ganze Liquidität her? Irgendeine Asset-Klasse muss doch gelitten haben. Gold, tatsächlich. Das ist mal eine Woche, die ganz anders ausschaut als die vergangenen Freitage, die wir analysiert haben. Der Goldpreis kommt mal zu. Ja, wir sehen gewisse Gewinnmitnahmen im Goldpreis in den letzten Handelstagen und ich denke, das tut dem durchaus überhitzten Markt auch gut. Die Rallye kam jetzt zum Liegen hier bei ca. 2.800 Dollar im Future. Der Markt kam stark zurück hier am Nachwahltag, konnte sich aber jetzt stabilisieren. Über 2.650 ist durchaus volatil in dieser Woche und ja, das sieht man auch in den kleineren Zeiteinhalten. Es gab diese dynamische Abwärtsbewegung. Gestern gab es aber auch eine größere Gegenbewegung. Die ist dann ziemlich genau hier am V-Web der aktuellen Woche zum Erliegen gekommen. Von daher sieht man, dass auf Wochenbasis weiterhin die Verkäufer hier das Zepter in der Hand haben. Es ist aktuell auch Druck auf der Unterseite vorhanden. Über 2.682, 83 ca. kann man aber durchaus vielleicht auf weitere Gegenbewegungen spekulieren. Darunter könnte es durchaus sein, dass hier auch die Wochentiefs noch mal angelaufen werden. Letzter Wert, bevor wir auf Einzelaktien schauen, ist natürlich der Euro-US-Dollar, der in dem Umfeld, als Donald Trump die Wahl gewonnen hat, erst einmal litt, weil der Dollar sehr, sehr stark wurde. Aber dann, als der Dollar ein kleines Stück zurückkam, nach der Zinssenkung in den USA, hier wieder Mut fasste und jetzt aktuell an der alten Dreiecksbegrenzung liegt. Ganz genau. Die Trendlinie hatte ja sehr, sehr lange gehalten, wurde dann letztendlich hier auch am Mittwoch unterschritten. Gestern gab es eine Gegenbewegung. Jetzt muss man wirklich schauen, wie es auf Wochenschlusskursbasis dann auch endet. Darunter könnte man wirklich von einem Ausbruch unter diese aufsteigende Trendlinie, die uns jetzt schon seit einem Jahr beschäftigt, hier sprechen. Und dann müsste man mit weiterem Druck im Euro auf der Unterseite hier rechnen. Sollte der Markt aber hier auch die 1.08 zurückerobern können, heute oder in den nächsten Tagen, kann man auch wieder in diese alte Range zurückkehren, die uns jetzt schon seit langer, langer Zeit beschäftigt. Ja, da sind wir mal gespannt. Die Einzelaktien, die wir uns jetzt anschauen, die kommen nicht unbedingt in alte Ranges immer zurück. Wir fangen mal an mit Supermicrocomputer, die tatsächlich hier zum Haare raufen, ein Chartbild darstellen. Nicht nur im großen Zeitraum, sondern auch im Wochenverlauf. Da kamen die vorläufigen Zahlen am Dienstag. Es ging deutlich nach unten, gestern wieder deutlich nach oben. Wohin will die Aktie denn nun? Ja, sie scheint sich zumindest zu stabilisieren nach den vielen negativen News, über die wir ja auch berichtet haben, hier in dem Sonderformat auf dem Freestalks-Kanal. Es gibt die Gerüchte von Bilanzmanipulationen. Dann hat sich der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young zurückgezogen, das Mandat niedergelegt. Von daher gibt es jetzt auch nur vorläufige Zahlen. Es steht sogar ein Delisting an der Nestec im Raum, weil man die entsprechenden Dokumente eventuell nicht fristgerecht abgeben kann. Dazu hat man noch wenige Tage Zeit. Von daher werden wir das Thema ganz genau weiter beobachten. Die Aktie kam enorm unter Druck nach diesem Gap auf der Unterseite, konnte sich jetzt aber hier im Bereich von ca. 23 Dollar stabilisieren. Also innerhalb dieser Range, die uns Ende des letzten Jahres schon einige Monate hier auch beschäftigt hat. Von daher ist es eine kleine Gegenbewegung in diesem sehr dynamischen Abwärtstrend. Und da muss man schauen, ob sich die Aktie hier auch weiter stabilisieren kann. Sie ist weiter extrem volatil. Das sieht man auch in kleineren Zeiteinheiten, hier z.B. im 5-Minuten-Chart der gestrige Handelsverlauf. Gestern gab es Aufschläge. Davor gab es teilweise erratische Bewegungen auf der Unterseite, auch insbesondere nach den Zahlen und dann hier auch nachbörslich und vorbörslich. Von daher, ich habe schon das eine oder andere Mal gesagt, für mich eher ein spekulativer Wert, den man als Daytrader Intraday ganz gut handeln kann, da wir häufig Bewegungen von knapp 10% pro Tag Intraday sehen. Von daher im kleinen Zeitrahmen mit den entsprechenden Stops und dem Risikomanagement durchaus handelbar. Aus Investment-Sicht oder als Swing-Trader würde ich weiterhin eher Abstand von dieser Aktie nehmen. Man hatte sogar die eigenen Prognosen nicht ganz geschafft. 5,9 bis 6 Milliarden Umsatz wurden im letzten Quartal quasi ausgewiesen oder eben vorläufig geschätzt. Und die eigene Prognose ging ja sogar bis 7 Milliarden. Und als Begründung reichte man hier nach, dass Nvidia nicht liefert. Und zwar diese Blackwell-Chips, die sind noch in der gemeinsamen Kooperation nicht in dem Umfang geliefert worden, wie eben Supermicro sie bräuchte, um die eigenen Produkte anzubieten. Und das lässt uns gleich mal zu Nvidia schauen, denn da gab es überhaupt keinen Kratzer bei der Aktie, die notiert auf Allzeithoch. Ganz genau. Die notiert auf Allzeithoch. Nach dieser Konsolidierung gab es den Ausbruch über die 125-Dollar-Marke und seitdem haben wir schon Allzeithochs gesehen, nochmal hier den Rücksetzer bis in den Bereich des 20-Tage-Durchschnitts und dann kam die Aktie auch im Verlauf dieser Woche kein Halten mehr. Wir sind schon knapp an die 150-Dollar-Marke herangelaufen. Ich glaube, bis auf 5 Cent jetzt hier auch vorbörslich. Von daher weiterhin eine sehr, sehr starke Bewegung und da könnte es auch am heutigen Handelstag nochmal neue Rekorde zu vermelden geben. Da gibt es nicht viel zu sagen. Also man sollte sich dem starken Trend hier auch nicht entgegenstellen. Nvidia ist weiterhin der größte Profiteur von dem KI-Hype und der scheint hier bei der Nachfrage an KI-Chips von Nvidia aktuell weiter nicht abzuebben. Und vor allem durch das Listing jetzt im Dow Jones ab heute soll ja natürlich auch nochmal über die Indexprodukte ein bisschen mehr Schwung in die Aktie reinkommen. Derjenige, der aus dem Dow Jones rausfliegt, die Intel-Aktie, die ist nicht etwa abgeschrieben, sondern die hat in den letzten Tagen auch gut zugelegt. Gestern der Tagesgewinn am Dow Jones. Ganz genau. Da gibt es dann heute den großen Austausch von einem Urgestein und dem Schwergewicht Nvidia. Und die Intel-Aktie, die scheint es aber erstmal nicht so zu treffen, dass sie nicht mehr im Dow enthalten sein wird, sondern die setzt die Gegenbewegung fort. Hier ist jetzt in diesem Gap-Bereich aus dem Juli und Anfang August hier angekommen. Konnte, was ich sehr positiv finde, am gestrigen Handelstag die 25-Dollar-Marke zurückerobern. Ich denke, solange wir diese halten können, das war eigentlich ein Schlüssel-Support hier auch von Beginn des Jahres, sieht das Bild durchaus wieder etwas besser aus als in den vergangenen Tagen. Dann ist vielleicht eine weitere Gegenbewegung möglich. Natürlich, das Gap könnte weiter geschlossen werden und dann können wir vielleicht nach und nach Richtung 30-Dollar-Marke handeln. Wie gesagt, es ist dann weiterhin nur eine Gegenbewegung. Der 200-Tage-Durchschnitt zieht weiter jeden Tag nach unten nach und könnte vielleicht in einigen Handelstagen hier auch zu einem Kreuzwiderstand führen, zusammen mit dieser horizontalen Linie. Von daher darf man weiter gespannt sein. Es ist noch Potenzial da auf der Oberseite für die Gegenbewegung, aber der ist durchaus vielleicht auch begrenzt in diesem Abwärtstrend. Ja, und es steht tatsächlich auch dieser Werksbau in Magdeburg jetzt auf der Kippe, denn von Donald Trump hat man jetzt nicht erwartet, dass so eine Förderung oder überhaupt eine Beihilfe gegeben werden sollte für einen Chip-Hersteller aus Amerika, der in Deutschland ein Werk eröffnet. Ja, das auf jeden Fall. Also er wird da durchaus auch andere Prioritäten setzen und er wird versuchen, der Wirtschaft in den USA selbst einfacher zu machen. Die Unternehmenssteuern vermutlich senken, wie er angekündigt hat, und er versucht eher, Unternehmen zurück in die USA zu bringen oder ist vielleicht sogar interessiert an deutschen Autobauern, die es in Deutschland nicht so gut haben. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass er da versucht, die Fühler auszustrecken und sagt, kommt doch in die USA, egal ob es um eine VW geht oder eine BMW oder eine Mercedes, weil da doch einfach die Rahmenbedingungen besser sein werden und er wird sie vermutlich noch besser gestalten, als sie jetzt schon sind. Dabei hat er doch einen großen Autofreund, den Elon Musk. Im Vorfeld gab es da gemeinsame Veranstaltungen. Einige mussten aus technischen Gründen von Elon Musk direkt wieder abgesagt werden, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat er viel in die Wahlkampfkasse von Donald Trump hineingespendet und wird deswegen auch als reiser Favorit für eine weitere enge Bindung an den Präsidenten gehandelt. Ja, das auf jeden Fall. Also er könnte da auch eine Schlüsselaufgabe bekommen von Donald Trump, insbesondere um die Effizienz zu steigern und da vielleicht den ein oder anderen Posten und die eine oder andere Stelle bei den Behörden zu streichen. Und ja, die Tesla-Aktie hat es beflügelt. Wir haben jetzt den Ausbruch gesehen über diesen Widerstandsbereich bei ca. 270 Dollar. Dort sind wir ja mehrmals herangelaufen, auch in diesem Jahr und letztendlich jetzt mit dem Gap der Ausbruch. Jetzt sind wir aber auch schon in den potenziellen Zielbereich hier auch reingelaufen. Gestern Abend und auch heute vorbörslich die 300-Dollar-Marke könnte vielleicht im ersten Anlauf schwer zu knacken sein. Von daher kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht da auch heute oder in den nächsten Tagen Gewinnmitnahmen sehen. Und vielleicht gibt es ja auch nochmal einen Rücksetzer zu den Ausbrustniveaus und dann auch nochmal die Möglichkeit, jetzt in diesen Aufwärtstrend einzusteigen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung der Tesla-Aktie in den letzten Tagen. Ja, ein bisschen rückwärtiger ging es jetzt nach der Zinssenkung mit den Bankwerten in den USA. Auch den Sektor wollen wir uns gerne anschauen. Die JP Morgan Chase war gestern der Tagesverlierer im Dow Jones, hatte aber im Vorfeld und zur Trump-Wahl hier gut profitiert, denn es kommt eine Deregulierung, was ja für zukünftige Gewinne sehr, sehr spannend ist. Aber die Zinssenkung nagt natürlich am Zinsertragsgeschäft. Ja, das auf jeden Fall. Also Deregulierung sicherlich auch gut für die Banken. Von daher gab es auch das große Gap hier mit den neuen Rekordhofs über 247 Dollar. Aber dann gestern Gewinnmitnahmen und auch die kleine Ernüchterung aufgrund der Zinssenkung, weil das natürlich ein Geschäftsfeld dann ein Stück weit auch unter Druck setzen könnte. Zumindest für geringere Umsätze sorgen wird in den nächsten Monaten und Quartalen. Aber insgesamt freut man sich doch auch bei den Banken, da man vielleicht aufgrund geringerer Regulierung dann auch in anderen Geschäftsfeldern, insbesondere vielleicht im Investmentbanking, etwas mehr Spielraum bekommt. Wo man sich auch freute, das war im Energiesektor, insbesondere bei Chevron. Denn die Ölvorkommen, die werden ja unter Donald Trump sicherlich besser gefördert als noch regenerative Energien zur Amtszeit jetzt von Joe Biden. Ja, das auf jeden Fall. Er wird noch mehr auf dieses Thema setzen und weiter hier sowohl die Öl- und Gasindustrie auch unterstützen und bei der Stange halten. Und daher sieht man hier auch bei Chevron deutliche Aufschläge hier nach der Wahlnacht. Und die Aktie konnte sich auch gestern halten. Die hat sich sehr, sehr gut entwickelt schon in den letzten Wochen. Und jetzt muss man schauen, ich denke, solange sie über 150 Dollar und insbesondere über 154 Dollar dann auch quotiert, könnte sie weiter zulegen in den nächsten Wochen und Monaten und dann vielleicht mittelfristig hier auch nochmal die Jahreshochs anlaufen, die bei ca. 167 Dollar ausgebildet worden sind. Insgesamt sind wir weiterhin in dieser Konsolidierung. Nach den Allzeithochs 2022 gab es jetzt diese leicht abwärts gerichtete Konsolidierung in den letzten zwei Jahren und letztendlich sind wir noch innerhalb dieser Kursniveaus. Das zeigt schon wieder aufwärts, im Gegensatz zu zum Beispiel einer Fürst Solar, die ja eher an der Unterseite kratzt und den Boden noch nicht gezogen hat, die Bodenbildung. Genau, die können wir hier auch mit reinnehmen. Die hat auf jeden Fall wieder, oder ist unter Druck geraten, muss man sagen. Die war ja in einem sehr, sehr schönen Aufwärtstrend zu Beginn des Jahres, hat dann auch deutlich zugelegt, war Momentum und Dynamik auf der Oberseite zu erkennen, kam aber genauso schnell wieder zurück. Und ja, hat in den letzten Wochen hier mit dem 200-Tage-Durchschnitt gekämpft, konnte diesen aber letztendlich nicht verteidigen. Und hier besteht einfach die Gefahr, dass hier auch eine Trendwende im negativen Sinne dann auch gelingt. 50- und 100-Tage-Durchschnitt sind schon abwärts gerichtet. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier vielleicht nach einer Konsolidierung auch einen weiteren Abwärtsimpuls sehen könnten, solange wir nicht die 220-Dollar-Marke hier zügig zurückerobern. Andere Bereiche liefen auch sehr, sehr gut, wie beispielsweise Palantir. Da geht es um die großen Datacenter und eben die Daten auswertbar zu machen. Und wenn es tatsächlich auch mal einen Hackerangriff gibt, also das ist ja im Zeitalter von Cybersecurity gang und gäbe, das dann auch erfolgreich zurückzuverfolgen. Das ist die Aufgabe von Palantir. Ja, Big Data hier kommt weiterhin gut an von der Palantir betreut. Mit den Quartalszeilen am Montagabend, seitdem gab es kein Halten. Wir haben schon die neuen Allzeithochs gesehen und das hat sich jetzt auch fortgesetzt nach der Wahl im Wochenverlauf. Wir können uns sehr, sehr gut hier halten im Bereich von ca. 55 Dollar aktuell. Die Aktie ist aber jetzt auch extrem heiß gelaufen, muss man sagen. Mehr als 150% year till date. Von daher muss man schauen, wie weit es noch gehen kann. Man würde sich zumindest eine Seitwärtskonsolidierungsrange über die nächsten Wochen vielleicht wünschen, wenn auch nicht eine größere Preiskorrektur, weil es wird noch einige Zeit dauern, bis hier auch die markanten, gleitenden Durchschnitte nachziehen. Eine Aktie, die extrem gefragt ist, auch sehr, sehr gute Zahlen vermeldet haben am Montag. Und ja, Alex Karp sieht sich weiterhin auch als einer der KI-Gewinner und da sieht er auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, sondern er geht davon aus, dass das Thema uns weiter sehr, sehr lange beschäftigen wird und dass auch die Palantir noch viele, viele Quartale davon profitieren kann. Schauen wir schon mal ein Stück in die nächste Woche, was da noch gemeldet wird. Cisco Systems beispielsweise müsste am Mittwoch anstehen, wenn ich es richtig in meinem Kalender habe. Ja, die Cisco CS, da haben wir mich für CSCO, die kommt in der nächsten Woche mit Quartalszahlen und ja, die hat auch eine schöne Entwicklung hinter sich, muss man sagen. In der Tat hier auch eine Trendwende hingelegt. Zu Beginn des Jahres war sie noch deutlich negativ zu sehen, aber Ende August, Anfang September ist sie dann angesprungen hier letztendlich. Der Ausbruch dann auch nach den Augustzahlen, der Rücklauf hier Anfang September und man konnte sich dann in diesem Bereich sehr, sehr gut halten, also über 48, 49 Dollar und seitdem kannte die Aktie kein Halten mehr und hat jetzt hier auch wieder einen Aufwärtstrend ausgebildet. Man sieht jetzt wieder die bullische Anordnung, 50, über 100, über 200 Tage Durchschnitt, alle aufwärts gerichtet. Von daher gab es hier auch sehr dynamische Bewegungen in den letzten Wochen und Monaten ohne markanten Rücksetzer. Für mich besteht jetzt so ein bisschen die Gefahr, da man jetzt sehr heiß gelaufen ist und hier auch die Hochs aus dem Jahr 2023 jetzt erreicht hat, dass hier durchaus vielleicht die Zeichen für gewisse Gewinnmitnahmen oder zumindest für eine Seitwärtskonsolidierung reif sein könnten. Von daher sollten die Zahlen vielleicht leicht unter den Erwartungen zumindest liegen. Wir müssen nicht unbedingt groß enttäuschen, könnte ich mir aber hier kleine Gewinnmitnahmen vorstellen. Denn ansonsten sollten sie sehr, sehr gut ausfallen, kann es natürlich auch einen Gap über diese Kursniveaus geben und dann muss man hier schon fast auf die Hochs aus dem Jahr 2021 im Bereich von 64 Dollar schielen. Aber so weit ist es aktuell nicht. Die Aktie hat eine extrem starke Bewegung innerhalb kürzester Zeit hingelegt. Von daher würde man sich eine Konsolidierung wünschen, bevor man da nach neuen Einstiegen sucht. Ja, da kommen noch weitere Technologie-Giganten, Applied Materials, Micron Technology und so weiter, aber auch eine Alibaba. Vielleicht schauen wir uns die noch an, denn nach dem Wahlsieg von Donald Trump wurde ja so ein bisschen in den US-Medien darüber philosophiert, wie die Zusammenarbeit oder eben die Nicht-Zusammenarbeit mit China verläuft. Und das schlägt sich ja direkt auf die China-Stocks nieder, die an der Nasdaq notieren. Ja, das dürfte eines der wichtigsten Themen sein, auch für die Trump-Regierung, wie man sich gegenüber von China positioniert. Und aktuell sieht es so aus, dass die chinesischen Werte zumindest erst einmal hier unter Druck geraten sind. Jetzt hier auch vorbörslich die Alibaba im Minus angesiedelt. Von daher, ja, die ist ja extrem angesprungen im September, muss man sagen, aber hat jetzt schon wieder einiges korrigiert, wenn man sich vielleicht hier mal die Maihochs als potenzielle Unterstützung einzeichnet. Das wäre ein Bereich von circa 90 Dollar, der hier als potenzielles Unterstützungsniveau durchaus möglich ist. Ansonsten, wir haben hier einige Gaps gesehen, die jetzt natürlich im Rücklauf auch nicht großes Unterstützungspotenzial bieten. Wir haben uns jetzt einige Tage im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts aufgehalten, aber sollte der brechen, sind wir auch schnell wieder im Bereich von 90 Dollar. Hier haben wir auch noch einen Gap offen, von daher darf man gespannt sein. Auf jeden Fall wurde jetzt einiges dieser schönen Bewegung schon wieder korrigiert und man darf gespannt sein, in welchem Bereich jetzt vielleicht Anschlusskäufe folgen könnten. Ja, gespannt sein darf man auch auf unsere Expertise zu den Wunschwerten. Am Montag geht es da weiter zum Webinar in einer kleinen, aber exklusiven Community. Sei gerne Teil davon, den Link gibt es unter dem Video. Und damit würde ich sagen, nach dieser turbulenten Woche haben wir uns auch das Wochenende verdient. Auf jeden Fall, wir wünschen allen ein entspanntes Wochenende und sehen uns dann gerne am Montag um 10.30 Uhr wieder. Und dann analysieren wir auch gerne eure oder ihre Wunschwerte. Und da lernen wir auch immer wieder neue Werte kennen, die wir vielleicht nicht hier immer in unserem üblichen Programm berücksichtigen. Sehr gerne, ich freue mich. Bis dahin, alles Gute und schönes Wochenende. Bye, bye. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Ciao, 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 ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020